Hey Leute, Andi hier. Wir sind in Videotag Lok 5. Haben heute monstermäßig gut Rockband gespielt. Haben uns gerade um 2 Uhr nachts was richtig leckeres zu essen gemacht. Chris, was hatten wir? Wir hatten zwei Nasi-Gerichte. Nasi-Goreng und... Ich hatte Bami-Goreng. Bami-Goreng und Nasi-Goreng. Mit richtig schön leckerem Tabasco. Ja, Ami mags scharf. Ich mags gern scharf, ja. Ich ja nicht so, aber schmeckt sehr geil. Was zocken wir jetzt? Wir werden gleich Obscure 2 weiter zocken. Denn dort haben wir richtig gerockt gestern Nacht und werden das jetzt weitermachen. Ja, wir sind eigentlich ganz gut ziemlich weit. Machen's heut durch. Und ja, Chris, hast du noch was zu sagen? Äh, ja. Was werden wir eigentlich in der nächsten Zeit so treiben? Und zocken vor allem. Oh mein Gott! Das sieht nach einem guten Plan aus. Hm, sieht das nicht lecker aus? Willkommen zu Videolog Tag 6, wenn ich mich nicht irre. Ja, müsste Tag 6 sein mein Freund. Erzähl uns mal, was wir jetzt leckeres zu Abend essen. Was wir jetzt leckeres zu Abend essen ist Currywurst, Fritten, Mayo. Von einem super freundlichen Griechen, der lecker Essen macht, oder? Und bei uns quasi 10 Minuten um die Ecke wohnt. Und was werden wir jetzt noch gucken dazu, zum leckeren Essen? Den Epic-Film der Epicness. Scott Pilgrim vs. The World. In der Two-Disc Special Edition. Natürlich auf Super-Englisch. Da wir beide Super-Fans des Games sind. Ich bin auch Super-Fans für mich. Definitiv. Er wird den Comic auch noch lesen. Definitiv. Und wir schauen uns gleich erstmal den leckeren Film an. Ja. Und ich würde sagen, später melden wir uns nochmal. Wir melden uns später nochmal, würde ich sagen, ja. Bis nachher.